Zum Schluss noch fünf Tipps von dir für Videoblocking. Also so fünf goldene Tipps. Die Todqualität ist ganz wichtig. Das sollte man nicht unterschätzen, auch wenn wir jetzt sehr viel vom Bild gesprochen haben. Unterbewusst nimmt man mindestens genauso die Tonqualität wahr. Das sollte man echt nicht unterschätzen. Das ist für mich Tipp Nummer eins. Achte auf den Ton. Da gibt es auch genügend Videoguides. Also wer sich überhaupt dieses Thema einarbeiten möchte, muss kein Buch lesen. Entschuldigung. Es reicht entsprechend bei YouTube mal ein paar entsprechende Schlagworte einzugeben und sich so gesehen schlau zu schauen. Es gibt massenweise gute Videotutorials, die alles Mögliche in diesem Themenbereich erklären. Das wäre so gesehen vielleicht Tipp Nummer ganz eins. Mach dich schlau. Tipp Nummer zwei. Wenn du Videos produzierst, achte auf den Ton, nicht nur auf das Bild. Tipp Nummer drei ist. Überleg dir von vornherein eine Reihe von Videos aus einem Thema zu machen. Denke nicht im Sinne von, dieses eine Video muss Gottverdammt alles erklären. Denke in eine Reihe von Videos. Es waren, glaube ich, schon vier Tipps, ne? Tipp Nummer fünf. Drei. Tipp Nummer vier ist, jedes Video alleine muss dich und deinen Channel verkaufen. Will heißen, du hast zu Anfang eine Einleitung, heute reden wir über das Thema XY und dann muss irgendwo auch relativ früh in den ersten paar Sekunden ein Part drin sein, in dem du erklärst, worum es in deinem YouTube-Channel generell geht. Weil die Leute haben ja nicht, wie jetzt beim Radio- oder TV-Sender, die wissen ja nicht so genau, was das jetzt hier gerade für ein Video ist. Ist das ein Video aus einer speziellen Reihe? Ist das jetzt ein YouTube-Channel, der sich zu einem gewissen Thema... Also, das sind ganz wichtige Dinge. Dann auf jeden Fall interagiere mit deinen Zuschauern. Auch wenn du allein jetzt vielleicht Kamera nur sitzt, mach auch zwischendurch vielleicht mal eine Umfrage-Video zu einem Thema. Ja, betrachte YouTube wie Twitter, Facebook, was auch immer, als ein Social Network. Antwort auf Kommentare gehört, glaube ich, auch mit zu. Ganz herzlichen Dank, dass du mir hier Rede und Antwort standest rund um das Thema V-Playing. Ich glaube, wir werden die Videos ja auch hier aufteilen in kleine Häppchen und dass da viele Informationen, Tipps auch für Kollegen aus der Verlag- und Buchbranche dabei sind. Und wir beide sind gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten, Jahren, sich die Akteure, Autoren, Verlage, Buchhändler vielleicht auch dem Thema nähern oder ob sie sich überhaupt dem Thema nähern werden. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg, viele Zuschauer für deine Videos. Danke. Ideen hast du ja immer und auf ein nächstes Mal. Ich sage einfach mal winke, winke. Bis bald. Viel Spaß. Good night and good luck.